Für vollständig geimpfte Amerikaner ist das Risiko, ins Krankenhaus eingeliefert zu werden oder an Covid-19 zu sterben, gering. Viel geringer als das Risiko für ungeimpfte Menschen. Aber in den seltenen Fällen, in denen eine vollständig geimpfte Person infiziert wird, deuten die Daten darauf hin, dass ältere Erwachsene und Personen mit mehreren Grunderkrankungen am stärksten von schweren Erkrankungen bedroht sind. Bis zum 30. August haben die US-amerikanischen Zentren für die Kontrolle und Prävention von Krankheiten Berichte über 12.908 schwere Fälle von Covid-19 bei vollständig geimpften Personen erhalten, die zu einem Krankenhausaufenthalt oder zum Tode führten. Für die mehr als 173 Millionen Menschen, die bis zu diesem Datum vollständig geimpft waren, bedeutet dies eine Chance von weniger als 1 zu 13.000, einen schweren Durchbruchsfall von Covid-19 zu erleben. Etwa 70 Prozent der Durchbruchsfälle, die zu einem Krankenhausaufenthalt führten, waren bei Erwachsenen ab 65 Jahren. Und etwa 87 Prozent der Durchbruchsfälle, die zum Tod führten, bei Erwachsenen ab 65 Jahren. Das legen zumindest die CDC-Daten nahe. Diese Daten basieren auf freiwilligen Berichten von Staaten und können unvollständig sein, aber mehrere Studien deuten auf ähnliche Trends hin. Ungeimpfte Erwachsene in den Vereinigten Staaten werden mit einer 17-mal höheren Wahrscheinlichkeit wegen Covid-19 ins Krankenhaus eingeliefert als vollständig geimpfte Erwachsene. Und Patienten, die mit einem bahnbrechenden Fall ins Krankenhaus eingeliefert werden, sind laut einem Preprint tendenziell älter und haben mit höherer Wahrscheinlichkeit mindestens drei Grunderkrankungen. Das zeigt eine Studie, die die CDC letzte Woche veröffentlicht hat. Unter den geimpften Erwachsenen mit bahnbrechenden Fällen, die sie ins Krankenhaus brachten, lag das Durchschnittsalter bei 73 Jahren. Und etwa 71 Prozent hatten drei oder mehr Grunderkrankungen, darunter Diabetes, Herzerkrankungen, Autoimmunerkrankungen und andere. Ungeimpfte Patienten, die mit Covid-19 ins Krankenhaus eingeliefert wurden, hatten ein Durchschnittsalter von 59 Jahren und etwa 56 Prozent hatten drei oder mehr Grunderkrankungen, wie die Studie ergab. Von Ende Juni bis Ende Juli, einer Zeit, in der die Delta-Variante mindestens die Hälfte aller Covid-19-Fälle ausmachte, war die Wahrscheinlichkeit, dass ungeimpfte Erwachsene in den USA wegen Covid-19 ins Krankenhaus eingeliefert werden, etwa zehnmal höher als vollständig geimpfte Erwachsene. Sowohl insgesamt als auch seit der vorherrschenden Delta-Variante ist das Risiko einer Krankenhauseinweisung bei ungeimpften Erwachsenen in allen Altersgruppen höher. Jedoch ist die Risikolücke bei Erwachsenen unter 50 Jahren besonders groß. Eine andere Studie ergab auch, dass ältere Menschen mit Grunderkrankungen für die schwersten Durchbruchsfälle verantwortlich zeichnen.